Yo, willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Beim letzten Mal haben wir ein paar Gigantos gejagt. Und ich würde sagen, das machen wir weiter. Ich bin jetzt nochmal in die Wüste gelaufen und ach, guck mal da, wer hier ist. Ey, wenn man während der Aufnahme in so ein Tal reinläuft, oder es Tal sucht, besser gesagt, findet man es nicht. Aber einmal ohne Aufnahme und dann zack, gefunden. Jetzt muss ich kurz überlegen, was wollte ich dir beibringen. Ich habe nämlich wieder geguckt, wer denn so ein paar Sachen lernen kann. Und 117.000 Euro ist wirklich ja fix. Also wer halt ein paar Sachen lernen kann. Habe ich denn in der Magie eigentlich rausgenommen? Na, natürlich nicht. Und ich habe gesehen, dass Raven und Repeat noch ein bisschen was lernen können. Deswegen habe ich die jetzt mal mit reingenommen. Ich glaube, das sind zwei für Raven und eine für Repeat. Wow. Ich habe nichts gesagt mit, das wird leicht. Alter. Was machst du? Ja, das sieht schick aus. So, du kannst weniger heilen und jetzt mal auch mal angreifen, Raven. Ja, komm Raven. Ja, ran. Sah schön aus. So, ich habe das Force-Field drauf. Jetzt kann ich angreifen. Ja. Okay, jetzt hat er jetzt einen später Schaden bekommen. Aber man hat es eben gesehen. Ich stand die ganze Zeit vor, ich habe angegriffen und habe keinen Schaden bekommen. War eigentlich eine gute Methode, mal das Force-Field richtig zu demonstrieren. Ja, komm, komm. Au, au. Was? Wer ist versteinert? Oh, Repeat ist versteinert. Gut, es ist auch ein Medusa-Schmetterling, von daher... Macht Sinn, dass es auch versteinern kann. Hüpp, 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 hüpp. Don't do this to me. Und, bam. Das geht aber recht schnell. Oh, wir haben Heiligen Trank gestohlen. Nice. Man sieht schon, er hat nicht mehr viel. Au, ich bin versteinert. Danke. Und weg. Und weg. Yeah. Und wir haben wieder nichts bekommen. Schade. So. Der war eigentlich, wie gesagt, hier im zweiten Gebiet, auf der linken Seite. So, wie ich es eigentlich in Erinnerung hatte. Also im hinteren. Dem, der näher nach Jormgen ist. Der Ausgang. Das Gebiet. Was auch immer. Ja. Ja. Das war das auch, an das ich mich auch erinnert habe. Wow. Keine Gegner. Und ich weiß nicht, warum ich ihn beim letzten Mal nicht gefunden habe. Obwohl ich hier genau in dem gleichen Gebiet gesucht habe. Aber. Na. Lassen wir das mal stehen. So, wir können noch einen Giganto machen. Das wäre dann die Nummer 8. Und das passt sogar, glaube ich, ganz gut, dass wir den jetzt noch machen wollen. Denn. Der ist nämlich dort, wo wir auch unser nächstes Sidequest noch erledigen wollen. Ich muss mal kurz nochmal nachschauen. Wobei, ich gehe mal kurz in Mantec rein. Jetzt muss ich kurz nochmal genau schauen, wo der ist. Das habe ich mir eben noch aufgeschrieben. Auf einen der Unmenge von Zetteln, die ich hier rumliegen habe. Ähm. Okay. Ich weiß es wieder. Ab und zu muss man ja halt doch was notieren. Ich kann ja nicht alles auswendig wissen. So, ich wollte mir jetzt erstmal einen Lähmungstank kaufen. Einfach nur. Um wieder welche zu haben. Ein paar davon. Okay. Danke. Einfach nur, dass wenn ich ins Menü gehe, um die heiligen Tränke anzuwählen. Muss ich einfach nur einmal nach unten drücken. Ich drücke lieber nach unten als nach rechts. Ich weiß auch nicht warum. Ist halt so. Ja. So. Dann fliegen wir los. Von hier aus nach Norden. Und wieder zurück nach Jumanju. Dort. Bei den heißen Quellen. Denn dort auf dem Kontinent. Auf der Karte. Ist der nächste. Äh. Das nächste Gigantom-Monster. Halt auch wie damals mit Brutal. Der auch einfach irgendwo auf der Karte war. Ist der nächste auch hier irgendwo. Und zwar. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Hier irgendwo. In dem Bereich. Du bist es nicht. Du bist es nicht. Du auch nicht. Ich laufe mal vielleicht noch ein bisschen weiter in die Richtung dort. Nein. Du? Nein. Du? Nein. Da oben hinten glaube ich. Wo die Insel hier zu Ende geht quasi. Da wo der Suchpunkt ist. War ja nicht Junge. Oh nein. Ich glaube das ist schon wieder zu weit weg. Äh. Josef Frucht. Oh ja. Josef Frucht kann ich immer gut gebrauchen. Vor allem wenn es so viele sind. Ich glaube das war jetzt schon wieder zu weit weg. Ich meine das war direkt. Hier in der Nähe. Bei Jumanju. Und zwar östlich. Von hier. Und so hier irgendwo. Na komm. Taucht es diesmal auf. Auf Anhieb. Giganto. Taucht es auf oder enttäuscht mich. Da war was. Ne. In der Richtung vielleicht. Bin wir letztens mal in die andere gelaufen. Schauen wir doch mal. Schöne Gegner immer ausweichen. Ach es will manchmal einfach nicht. Ganz und gar nicht. Ja auch nicht. Hi. Wow die halten was aus. Na. Okay ich kann schon die machen noch was. Okay die können aber auch gut was abziehen. So Moment. Erstmal muss ich bei dir den Liebespfeil ausmachen. Weil das machst du dann zu oft. Kann es sein dass du auf Pflegen eingestellt bist? Ah. Kein Wunder. Er ist wirklich auf Pflegen eingestellt. So du musst auch wieder pflegen. Ich habe mich schon gewundert warum Estelle nie nach vorne kam. So kann ich es dir anlassen. So greifst du auch ein bisschen öfter an. So. One down. Und weg. Ne. Noch nicht. Jetzt weg. Äh. Und. Oh ja der Lampel gelernt. Das ist gut. So schauen wir mal. War das sogar mit. Habe ich noch eine andere Waffe für dich? Ihm. Ne. Kein nichts anderes. Äh. Das muss ich jetzt überlegen. Ich glaube Alembic braucht er sogar. Gerade für seine jetzige Fähigkeit. Jetzt mal wieder Orangie rein. Und. Gib ihm. Hätte er genug. Noch Alembic. Äh. Gut verschmeißen wir raus. Nehmen wir einmal in Vitalität. Und Alembic rein. Ja wo ist aber dieses dumme Gigantomonster? Hier nicht. Sollte eigentlich hier in der Nähe sein. Na gut da kommen. Dann gehen wir zuerst hier nach Jumanju. Bevor ich mich hier wieder dumm und dämlich suche. Und schauen mal ob wir hier das nächste Event in heißen Quellen machen können. Ich hoffe doch mal. Sieht gut aus. Willkommen liebe Besucher bei dem heißen Quellenbad von Jumanju. Oder Jumanju eher. Ah ihr seid zurück. Wie schön dass es euch hier so gut gefallen hat. Es hat uns gar nicht gefallen. Was sollte das mit der Abtrennung? Wann konntet ihr durchsehen? Nein nein. Wir haben die Abtrennung doch etwas nur zusammengeklappt um den Raum zu öffnen. Außer bezweifle ich dass sich einer unserer Besucher so ungeruhig übernimmt das andere Geschlecht zu begaffen. Hey ich hab gar nichts zu sehen bekommen. Das ist ja zu bestimmen wenn du die Gelegenheit bekommen hättest. Wenn ihr so besorgt deswegen seid, möchtet ihr eine Quelle für euch allein mieten? Ihr werdet die einzigen die die Quelle nutzen. Äh könnt also probieren uns ins gleiche Bad. Männer wie Frauen. Zusammen? Das sind herauf hervorragende. Das sollen wir machen. Hey alter Mann wenn wir alle zusammen gehen werden nur du und Carol da reingehen. Was? Ich allein da drin mit Draven? Darauf kann ich verzichten. Vielen Dank. Wie wäre es wenn wir die Quelle mieten und sie nacheinander benutzen? Nach Geschlecht getrennt. Nach Geschlecht getrennt? Wenn das für euch Mädchen in Ordnung ist bin ich einverstanden. Abgemacht. Also die exklusiv Mieter einer heißen Quelle beträgt 600.000 Geld. 600.000? Das stoppt so viel wie beim letzten Mal. Ich hätte ja den Raum nur für euch. Deshalb wird es der Preis etwas höher. Das ist ein echtes Angebot. Na gut komm. Die Mädchen verdienen ein bisschen Spannung. Hier bitte. Vielen vielen Dank. Genießt euren Aufenthalt. In Ordnung. Wir gehen zuerst. Na klar, sicher doch. Ich halte ein Nickerchen während ich warte. Weck mich, wenn das Bad frei ist. Wenn er schläft, können wir beruhigt sein. Also lasst uns gehen. Man hoffentlich beeilen sich. Juri schläft auch. Das ist echt langweilig. Dieser Autist. Psst. Ruhig Junge. Die Damen sind schon reingegangen. Das könnte er von Nutzen sein Junge. Vielleicht kannst du etwas lernen. Aber wenn du erwischt werden, dann bist du mein Kompliz. Nicht wahr? Das fühlt sich herrlich an. Rita, komm schon. Schnell. Ach was. Wer interessiert Rita? Judith. Ich will Judith sehen. Boah. Das war wirklich erstaunlich. Ich fühle mich so frei. Scheinst du sie ernst zu nehmen, oder? Hast du dein Handtuch verloren? Ach, wir sind doch unter uns, Rita. Wozu brauche ich dein Handtuch? Du hast wahrscheinlich recht. Aber wenn du dich so freimütig zeigst, dann ist mir das ungenehm. Aber und sieh nur, Stellan. Dein Einblick hat ihr schlicht die Sprache verschlagen. Ich bin auch sprachlos. Raven, alles nach noch mit dir. Juri, wir sind raus. Wo ist der alte Perversling mit der kleinen Eumel? Tut mir leid. Raven ging es nicht gut. Oh, fühlst du dich schlecht? Boom. Ich glaube, wir müssen unseren Besuch von der heißen Quellen verschieben. Ja, das war, glaube ich, doch ein bisschen zu viel für Raven. Na, was haben wir denn hier noch? Empfohlene Synthesen. Valkyre. Aha. Augenbinde. Genau, kann ich ja mal schauen. Wo gibt es denn die Sachen? Die brauche ich doch noch, die Augenbinde. Schon von Kadosbucht, von Beldabow. Und Forst Egothor. Wünsiger Drache. Haben wir, glaube ich, schon. Den Katzschutz. Ach, das sind alles nur noch die Sekundärwaffen und die... Sachen da... Hier, wer ist es? Die Ausrüstungssachen, ne? Die Riesentasche. Fehlt man nicht da auch noch was? Nilpferdatem. Das klingt nicht gerade schön. Ich habe hier den Atem eines Nilpferds. Äh. So, kaufen wir noch ein bisschen hier Fisch ein. Fisch ist gesund. Wobei, Kalamars war eigentlich gerade kein Fisch, aber... Da wollen wir nochmal drüber hinwegsehen. Aber wir kaufen Obst. Ganz viel Obst. Obst ist auch gesund. Oh, ist egal. Ich habe nicht mehr viel Klebmehl gehabt. Und Ei auch nicht. Gut, dass ich mal wieder einkaufen gehe. Und ja, wir haben nur noch 150.000. Wir haben eben unser ganzes Geld aus dem Fenster geschmissen. Und dabei sind Raven und Carol noch nicht mehr in die heißen Quellen gekommen. Na, aber dafür haben sie auch was Schönes gesehen. Ich glaube, das entschädigt das alles schon wieder. So, irgendwas hier... Doch, Visier können wir machen. Aus einem großen Raptor-Schnabel. Ach, das war aus dem Pterobronk. Okay. Da haben wir jetzt auch ein Visier. So, da fehlt eine pechschwarze Tinte. Naja, das Bodyblast hier... Haben wir ja sogar hier schon fast alles hergestellt. Irgendwas? Das Aegis... Das Aegis hat sich noch gar nicht. Großer Krabbenpanzer? Ach, der Bohr-Eremit. Das war dieses... kleine... Luschen-Teil, was wir besiegt haben. Ja, das nehme ich mal. Da hat sie sogar wieder was zu lernen. Herzkönigin hat sie schon. Haben wir alles schon. Ja, das muss ich irgendwie noch... irgendwie auftreiben. Das auch. Oh. Das hat sie noch nicht. Das nehme ich mal. Na gut, da haben wir wieder mal ein paar Sachen hier gefunden, die wir ausrüsten können. So, für dich war das nichts, aber du kannst das Aegis lernen. Was macht das denn? Präsenz gegen Kauschlag durch Angriffe beim Abwehren. Ui. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, du hattest nichts Neues. Du hattest nichts Neues. Du hattest nichts Neues. Ach, das hat sie... Das hat er sich schon mal, aber... Nichts zu Ende gelernt. Das war wahrscheinlich mal in meinem letzten Playthrough. Na gut. So, damit hätten wir auch die Sidequest erledigt. Ich würde jetzt gerne noch dieses eine Gigantom-Monster finden. Das soll ja eigentlich... Anscheinend irgendwo hier in der Nähe sein. So, und zwar in der Richtung. Ich meine, es war östlich. Oder ich habe mir Scheiße aufgeschrieben. Hier hinten vielleicht? Wie ist Ost denn hier? Ich kann noch Ost von West unterscheiden. So halbwegs. Aber hier erscheint auch nichts. Ja, 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 ja. Puh. Wo sind diese Kleinviecher? Habe ich gerade nicht einen Doppelkampf gemacht? Also nicht Doppelkampf, sondern Begegnungsallianz. Ach da! Das stimmt ja. Es spawnen ja nicht zu viele Gegner auf einmal. Das war ja dann doch wieder ein bisschen unfair. Wobei, wenn ich da wieder an die Kristalllande von Area Lumen denke, dieser Kampf, den ich da... Aus dem ich geflüchtet bin, hm. Moment, ich möchte lieber die andere Attacke. Heulende Verwüstung möchte ich feurige Verwüstung. Die sah viel cooler aus. Ja, sieht doch gleich viel schöner aus. Was habe ich eigentlich auf oben jetzt, genau? Ach so, das... Ja, das würde ich auch irgendwann noch ändern. So, und weg. Affenmenschmantel haben wir bekommen. Kann man auch mal gut brauchen. Und er, Garrick, glaube ich, brauchen wir auch später noch. So ein bisschen was von. Ich glaube, damit können wir eine Rüstung für Repeat machen. Ups. Das nächste Gebiet, zu dem wir jetzt gehen würden... Wäre... Muss ich mal nachdenken. Das wäre... Auf dem Kontinent von Viqueia. Müssen wir nach einer Raleways. Hier ist es die Wurzel der Welt oder irgendwie sowas. Okay, ich finde es nicht. Wir verschieben das. Oder, Moment. Kann es sein, dass es auch eine andere Insel ist? Stimmt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Tolbikisches Wasser. Ach, was ist denn wieder ein Tolbikier hier? Äh, dann lande ich da vorne auch nochmal. Womit auch noch die Sachen. Einfach, weil es gerade in der Nähe ist. Panzerschale. Nö, das war es schon. Ähm. Ja, was das dazu bedeuten hat, das werden wir später noch ausfinden. Das lasse ich erstmal noch aus. Ne, also sollte eigentlich... ...hier östlich von hier sein. Ich gucke jetzt einfach mal auch mal Richtung Westen. Vielleicht waren einfach die Infos falsch oder ich habe es ja falsch aufgeschrieben. Ich laufe einmal hier komplett durch. Nö, du kriegst mich nicht, du kriegst mich. Kriegst mich. Hab da keinen Bock. Was? Oh. Du wolltest gerade Tidal Wave lernen, oder? Hat sie es jetzt gelernt? Ne, hat sie nicht. Weil ich den Kampf abgebrochen habe. Schön. Ach, scheiß drauf. Ich suche den einen anders mal. Wir setzen jetzt weiter erstmal unser... Äh. Unser... ...Quest. Fort. So. Was haben wir hier? Das ist immer noch alles unter Wasser. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da hin können. So, da vorne dürfte... Der könnte denn von Vick her sein? Ui, 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 ui. Das möchte ich aber noch haben. Immer mitnehmen, die Suchpunkte. Ja, komm. Da. Fast. Lähmungspulver, Basiliskenschuppe. Naja. Na gut, das hat sich jetzt auch nicht so wirklich so gelohnt, aber na gut. Besser man hat es, als man hat es nicht. Ja. So, und hier ist das, wo wir hinwollen. Fragezeichen. So, das ist Reluise? Ja, Ba'ul sagt es ist. Aber ich sehe keine Aircredit oder Entelekeia. Es sieht aus, dass wir diesen Weg nachdenken können. Es ist ein langer Weg nachdenken. Ja, es ist. Wir gehen. Ja, es sieht aus, dass das alles wir können. Hey, warum nicht einfach mal bei Ruhe nach dem Boden? Nein, es ist breit. Und der Wind ist überall auf dem Ort. Es ist ein bisschen zu gefährlich. Ich kann sehen ein Riefer nach dem Boden. Das ist, was passiert, wenn ein Riefer die Erde für Jahre und Jahre wegweht. Ah, das Kraft der Natur. Wow, ich bin alle schuldig, wenn ich direkt nach unten schaue. Idiot. Also, mach sicher, dass du nicht schlafen und schlafen. Fand ich sehr schön mit dem Echo hier die ganze Zeit. So, haben wir hier noch was versteckt? Noch eine Truhe oder so? Nee. Dann wollen wir jetzt mal runtergehen. Und schauen, was wir da unten finden. Höchstwahrscheinlich das letzte Entelekeia. Wer auch immer das wohl sein wird. Wow, du bist im Mund gegen meinen... Dingens. Ich glaube, ich kann kämpfen. Ding. So, dann. Hier überall neue Gegner. Sogar vier neue auf einmal. Ich glaube, ich muss da eigentlich mal schon guten Schaden. Die machen aber auch guten Schaden. Joa, und da heilt der Raven wieder. Bam, 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 bam. Und hier muss ich nicht holen. Und... Ja, komm. Jetzt. Jawohl. Und diesen Kampfhahn... Oh, der heißt doch Kampfhahn, oder? Großer Kampfhahn, glaube ich. Da gibt es zum Beispiel ein Item, was man auch bekommen kann, ist Kampfhahnklaue. Kann man einmal hier bekommen. Und einmal in der Wüste. Und ich habe mich selbst schon auf der Karte davor. Oder danach. Na, Kampfhahnklaue haben wir sogar bekommen. Eine Menge Sachen haben wir bekommen. Also noch eine Menge verschiedene Gegner. Ach, ist eine Mimik. Die wir schon haben, okay. Nee. Lass mich doch mal treffen. Ja. Tatsache, aufhören zu blocken. Danke. Och. Tschüss. Vampirgebiss. Und wir bekommen noch... Fortes Stab. Das ist für... Judy. Sie lernt eh gerade nichts, ne? Ich gehe mal davon, dass das sogar eine stärkere Waffe... Jo. Bisschen Stab. Oh, jetzt sieht die TP verbraucht durch A, als man mit Stab ausgerüstet ist. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt wollte ich bei mir kurz mal gucken. Ich habe... Höllenfeuer drin. Stimmt, ich kann ja die ganzen Sachen ja wieder rausnehmen. Ich habe jetzt die Sachen ja gelernt. So, Stürmböe und Höllenfeuer. Nee, wobei ich möchte mal Kette mit reinnehmen. So, dann kann ich gleich mal was zeigen. Ich bin direkt bei dem hier, weil die können wir eh nicht ausweichen. Ich habe mich bei den Karten trainiert. Ich werde mich nicht verlieren. Nein, das sollst du machen. Verändert das Art. So, und wenn man davon... mit dem direkt in ein Mystic Art überläuft... Dann... haut er da sogar noch einen weiteren Schlag rein. Also ich kenne das jetzt nur von dem. Ich weiß nicht, ob es bei allen anderen auch so ist. Ich kann es ja mal später beim Boss demonstrieren. Wenn ich es nicht vergesse. Und dann... sehen, dass es doch ganz interessant ist. Auf jeden Fall. So, wie sieht es eigentlich mit Vichyssoirs aus? Lotteriegumme haben wir bekommen. Ist auch etwas seltener was. So, gemeistert. Wunderbar. Japan-Eintopf. Ups, Parfait habe ich mittlerweile auch schon gemeistert. Was haben wir noch hier? Suppe-Nudeln. Mh... Moment mal. Okay, ich dachte, da kann man irgendwie rüber. Das sah irgendwie gerade komisch aus. Äh, links. Sehen? Mh... Wie sieht es auf der rechten Seite aus? Ich weiß, ein Weg geht runter, der andere ist halt nur eine Sackgasse. Für mehr Items. Ich guck mal mal rechts. Focuse auf die Gegner in der Front! Au, au, au. Der kommt, halt auf zu rollen. Ei, 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 ei. Die sind ja nervig. Ja, kann grad nicht. Ich musste erstmal ein paar von denen wegmachen. Jetzt sind die eigentlich mit ihren Attacken. Schauen wir doch mal. Fünfmal, wow. 18 Mal, ja immerhin. 22 Mal, das geht ja. Ich hoffe, dass ich noch nicht viel gemacht habe. So, nächster Gegner. Kleinen rollenden Kugel. Wie heißt denn die eigentlich? Kann ich nicht lesen. Dann verschwende ich jetzt kein magisches Auge. Wobei, ich hab eh mehr als genug davon. Rocktus. Schwäche Wind. Ja, war zu erwarten, wenn man Resistenz gegen Erde hat. Das sind mal diese Gegensätze. Feuer und Wasser. Wind und... Wind und Erde und Licht und Finsternis. Genau, neue Waffe. Ja, falsche Richtung. So, hat er noch irgendwas? Nein. Was ist deine beste Waffe, die er haben kann? Die göttliche Kanone. Das ist ein ganzes Stück besser, ja. An sich gibt's ja auch noch Blitz und Eis. Aber die setzen sich hier aus zwei anderen Elementen zusammen. In dem halt, und zwar Blitz ist einfach nur Feuer und Wind. Und Eis ist einfach nur Wasser und Wind. Da könnte man eigentlich sogar noch viel mehr so zusammensetzen. Zum Beispiel, Feuer und Erde könnte ich mir als Lava vorstellen. Oder was haben wir noch? Gut, Feuer und Wasser können wir wahrscheinlich nicht kombinieren. Ähm, das können wir noch kombinieren. Ähm, Erde und Wind. Können wir denn Erde und Wind kombinieren. Geht das überhaupt? Wir könnten ja mal schreiben. Was für Kombinationen könnte man aus dem All machen? Oder auch mit Licht und Finsternis zusammen. Was können für Kombinationen? Warte, jetzt warte noch ein bisschen. Achso, da ist ja noch einer. Okay. Was würde rauskommen, wenn man hier verschiedene Elemente noch kombinieren würde? Aus Erde und Wasser könnte man vielleicht Holz machen. Ja! Vergiss ab und zu, dass ich sogar ein paar Waffen noch hergestellt habe. So, da sieht das ganz gut aus. Das ist eine Sackgasse. Und ich hoffe mal eine Sackgasse, die wir auch aus dem Weg räumen können. Und dafür, dass wir noch den nächsten Ring brauchen. Denn der Ring kann halt noch ein Level höher. Aber das auch erst, nachdem wir hier den vierten Geist bekommen. Wir werden es nicht durch den Geist bekommen, aber nach dem Geist können wir dann den Level-4-Ring, glaube ich, wäre das dann schon. Ja, zusammensuchen. Fährst du mal einfach auf zu blocken? Und... Ja, ich hoffe mal... Wow! Wie viele sind jetzt gerade mit auf die Gegner losgegangen? Ah, seht ihr Freude gelernt. Jetzt ist ihr freudig. Nope, das können wir noch nicht kaputt machen. Das heißt, hier müssen wir später nochmal hin. So, schauen wir mal kurz... Was waren die anderen denn? Luftabwehr... Ja, ich bin mal über die Drahtstiefel wieder rein. Ich glaube nämlich, die waren dann doch ein bisschen besser als nur diese Freude. Na gut, die Freudefähigkeit ist natürlich auch nicht schlecht. Die erhöhen hier und da ein paar schöne Sachen und so, aber... Na, lieber die anderen Sachen noch. Hier kommen wir auch um viele Kämpfe einfach nicht rundum herum, weil die Gänge ja wieder mal so eng sind. Äh, das war der falsche Knopf. Na, die Attack muss auch noch irgendwann auswechseln. Vor allem, weil sie nicht dazu gekommen ist, zu zaubern. Ich denke gerade, wir sind alle genau die Leute, die Kostümtitel haben. Wenn man jetzt mal Repeat von Absp... Wobei, Repeat hat ja auch eigentlich was. Ein quasi Kostümtitel, sag ich mal. Mit diesem Teil auf dem Rücken. Komm weg. Wieder eine Menge Kampfhandsachen. Na komm, auf. Dank des Lebens. Ja, die kann ich immer gebrauchen. So, wie soll ich denn da jetzt bitte vorbeikommen? Ja, gar nicht. Ohne zu kämpfen. Ich glaube, da wäre ich sogar mit einem heiligen Licht nicht vorbeikommen, weil der halt den Weg immer perfekt lockieren würde. Wie gesagt, also in dem Gebiet ist es halt eher relativ schwer. Ach, du triffst mich nicht. Das ist aber schade. Relativ schwer hier wirklich durchzukommen, ohne... Ach, das mach ich denn da. Ohne... Ohne, ohne, ohne... Ohne zu kämpfen. Und ein bisschen kämpfen ist natürlich auch nicht schlecht. Also von daher... Ich mag den Pirate Havik mittlerweile. Auch wenn er den Gegner weghaut, aber es ist trotzdem irgendwie eine coole Attacke. Ich freue mich aber auch schon auf eine andere Attacke, die wir bekommen. Und zwar... Na gut, ich sage zwar nicht, welches es ist, aber es ist eine, die wir bekommen halt erst später einfach mal so geschenkt beigebracht, sage ich mal. Nur leider wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis das kommt. Oder? Das dürfte manchmal noch ein bisschen dauern. Und das wird auf jeden Fall auch eine schöne Attacke sein. Ich nehme meine Kicker nicht weg. Ich glaube, das war auch eine meiner Lieblingsattacken. Oder jedenfalls die, die ich immer benutzt habe. Und die gibt es... Auch in einem anderen Tales-Spiel, meine ich. Ja, doch. Ja, komm, heilen uns mal bitte. Selbst das Tell wurde geheilt. Ach stimmt ja, ich glaube mal, ihr seid ja in der Fähigkeit, dass wenn sie jemanden heilt, bekommt sie auch nochmal einen extra Heilbonus. Genau. Stimmt. Das haben wir da eigentlich alles. Verteidigung, Beweglichkeit, Beweglichkeit. Oh, Beweglichkeit. Für Level doch ganz gut, eigentlich 54, 55. Das ist alles noch ein bisschen niedriger. Aber gut. Na, na, habe ich dich. Schöne kleine Vorteilsbegegnungen hier im Gegner. Wobei ich finde, die Vorteilsbegegnungen sind an sich nicht wirklich was Großes, sage ich mal. Denn, ja, die Gegner sind nur ein bisschen betäubt. Sie greifen einen halt nicht sofort an. Was machst du denn da hinten? Schon wieder Unmengen, ein KP verloren. So. Und wieder ein Geostein, ja. Also von einigen Eintens werde ich wahrscheinlich jetzt wieder Unmengen haben, nachdem ich hier fertig bin. Ich würde jetzt nicht versuchen, beide zu erwischen, ob das denn überhaupt möglich ist. So. So langsam immer und immer mehr. Ach, nein. Ich drücke immer mit dem, äh, hier, wie heißt das, mit dem Shortcut nach links. Und vergesse immer wieder, dass, dass der Befehl für Estelle ist, den ganz einzusetzen. Nein, den Gale. Okay, du kannst den Drachenprotektor nicht tragen. Äh, Moment. Hä? Moment. Moment. Das ist für Repeat. Ja, ganz in Ordnung auch. So, da können wir auch noch nicht durch, denn unser Ring kann noch nichts verbrennen. Ja, noch nicht. Das kommt auch noch. Jetzt muss ich mal schauen, wo geht's denn da hinten runter. Hi. Bei uns an so einem engen Gebiet kommt man natürlich natürlich nicht drum rum zu kämpfen. Die rollen wir gerade aber echt im Ohr herum. Und wir könnten so langsam wieder mal eine TP-Heilung brauchen. Dann werde ich mal dieses Mal nicht kochen und dann fängt gleich mal eine Torte wieder. War das Torte? War das Torte? War das Torte? Ich weiß gerade echt nicht mehr, was das nochmal war, was das so viel mal 50% der TP-Gehalt hat. Ich hab's auch eben nur die ganze Zeit eingesetzt und so, ne? Aber, ne, ich hab's wieder vergessen. Nein, ich vergesse es immer wieder. Danke, lieber Gegner, dass du sie davon abgehalten hast. Ich muss sagen, dieser Titel, den ich will, Juri, aber die sieht wirklich verdammt genial aus. So, genau, nicht kochen. Um jetzt mit Juri... Äh, genau, Obst-Parfait war das. Warte, 50% für alle. Damit sind wir wieder halbwegs voll. Okay, hier könnte ich doch an die Truhe dran. Todbringer. Muss ich direkt mal an... Äh, ist lächer. Ja. Christians Meter groß denken. Das ist auch der Todbringer. Der bringt jedem den Tod. Ähm... Ich glaub, das ist sogar der richtige Weg hier. Denn das Geräusch wird lauter. Das ist windige. Ja, doch. Das ist doch der richtige Weg hier. Gut, probieren wir mal mit heiligem Trank hier mal gut durchzukommen. Das ist der Wind. Weil ich meine, es gibt hier so auf Hälfte etwa auch wieder so einen Teleporter, der einen zum Ausgang bringt, weil... Weil... ...den ganzen Weg hier wieder hoch, das wär wirklich ein bisschen unmenschlich vom Spiel. Gut, der in der Wüste, der wär jetzt nicht zwingend nötig gewesen. Das... Die ist ja nicht so groß. Aber der Teil hier, dass man den überspringen kann, das find ich auf jeden Fall sehr human. Ey, weiter. Wow. Ist ja doch größer als gedacht hier noch. Auf der Seite. Ein Heldenmantel. Für... ...sie? Äh, da war das auch, oder? Ne. Doch da. Mantel der Königin. Joa. Sieht gut aus. So, schauen wir mal. Ja, gut. Damit hätten wir auch alle Thronen hier. In Kritia Reif. Für wen der wohl sein wird? Wow. Direkt zwei Sachen nebeneinander für Judy. Die wollen wohl, dass ich hier mit Judy kämpfe. Äh, da lang. So, bisher haben wir schon zwei Sachen, an die wir nicht drankommen konnten, weil unser Ring noch nicht stark genug ist, große Steine aus dem Weg zu räumen und Sachen zu verbrennen. Aber sobald wir den dann haben, können wir vor allem an einigen Gebieten, ähm, ja, Büsche verbrennen. Vor allem kommen wir dann noch mal in ein altes Gebiet hin, wo wir schon sehr, sehr lange nicht mehr waren. Zwei Gebiete eigentlich sogar. Weil man da noch das eine oder andere noch verbrennen konnte. So, nächster. Wie habt ihr den? Okay, habe ich den noch angewählt. Hier habe ich gerade gedacht, ich hätte den nicht angewählt. Warum, warum, warum? Ach, mal diese schönen Liebespfeile von Raven. Was? Oh! Sie ist versteinert. Wir werden bekommen vielleicht gleich noch mal ein paar Steintränke. So oft wie hier meine Leute versteinert werden mittlerweile. So jetzt auch ruhig, dass wir uns alle auch heilen können. So, wir werden wieder darüber laufen. So, eben noch die Heilung abgewartet, denn... Wäre ja sonst doof, wenn sie, äh, ja, ihre TP verschwendet, aber uns nicht dafür heilt. Das ist leider etwas blöd gemacht hier, finde ich, dass wenn man einen Heilattack zum Beispiel einsetzt und den Kampf davor aber dann etwas, sagen wir mal, frühzeitig beendet, ja, bekommt man die Heilung nicht mehr ab. Das war, meine ich, in Abyss nicht so. Dabei ist das der Vorgänger. Na gut. Ich weiß nicht, ob das man wirklich Vorgänger nennen kann, weil mit Vorgänger würde ich eher verbinden, dass es auch zusammenhängt. Die Spiele, also die Spiele zusammenhängen. Bei den Tales-Spielen ist ja eher eine Seltenheit, dass die Spiele mal zusammenhängen. Von der Hauptserie sind zum Beispiel nur Tales of Destiny 1 und 2 und Tales of Xillia 1 und 2. Ja, Tales of Xillia 2 ist ja das neueste, was ja angekündigt wurde. Tales of Destiny war das zweite, Tales of Destiny 2 war das vierte Tales-Spiel. Und die haben halt auch gut zusammengehängt. Gut, man könnte jetzt auch sagen Tales of Symphonia und Tales of Symphonia Dawn of the New World. Aber das würde ich jetzt nicht dazu sagen, weil Dawn of the New World ist kein Spiel der Hauptreihe, sondern ein Spin-Off, ja. Aber auch da, es sind halt drei Spiele eigentlich, die zusammenhängen. Wobei, bei Phantasia gab es auch noch ein paar Spin-Offs, die dazugehören. Und zwar, Tales of Phantasia nach dem Kiri Dungeon, meine ich, war ein Nachfolger von Tales of Phantasia. Das war nicht zu schlecht. Man könnte eigentlich auch quasi sagen, dass Tales of Phantasia ein sehr, sehr, sehr weiter Nachfolger von Symphonia ist. Da es ja in der gleichen Welt spielt und, na gut, nicht in der gleichen Welt, aber in der gleichen Timeline. Und ja hier und da ein paar Namen ja gleich sind. Ups. Da bin ich schon mal in der Mitte, glaube ich, angekommen. Hier taucht später dieses Portal auf, nach oben. Hey, hang on. Das kind of stuff gets to us old folks. Come on old man. Yeah, you're gonna have to climb back up when we're done. He's dead. Someone's coming. Person? Here? Duke. You. Duke. Appearing out of nowhere as usual. What are you doing here? We heard there was an Antelikea here. We came to ask it to become a spirit. A spirit? A being that comes from reincarnating an Antelikea through an Apathea. We might be able to solve the air problem completely with the spirit's power. By converting air into mana. I see. I see. That's why. Duke? Reincarnation. Converting air. You are trying to remake the world itself. But you understand that as well. But what about Gusios? He was trying to control the air. But then he took too much and became really dangerous. Yeah. I don't want to think what would have happened if we hadn't reincarnated him as gnome. Even so, I do not accept it. I will protect this world. You said that before. So just how do you plan to protect the world? I will not interfere with you. So do not interfere with me. Ahead lies one of the oldest springs in the world. Pay a due respect. So you won't answer the main question? Hmm. Farewell. I doubt we shall meet again. Hey! He's gone! Such a warm and fun-loving little fellow. I wonder what he's trying to do. I don't know. But I have a bad feeling about it. Rita, is something wrong? Well, I bet with his sword, with Dane Nomos, we could focus the spirit's energy on the autophagos. Should we chase him down and ask him to lend it to us? Yeah, I don't think he's in much of a giving mood right now. Me neither. Well, whatever we do, we have to get all the spirits first. Let's focus on that for now. Ein Speicherpunkt und Heilpunkt. So, then I'll go up now. I'll go up. Because on the other side, there will probably do something else. So, shall beil. Shall? Doh, beil. Oh, Läufer. What does that do? Ach, genau. Während man herumläuft, kann man noch TP herstellen. So, war das die Stelle, an der ich wieder zurückgelaufen bin? Jo. So, diesmal aber auch mit Heiligen Trank. Eben, um zu gucken, ob hier noch ein paar Items sind, die ich holen kann. Wahrscheinlich nicht, weil die sind dann wieder irgendwie so abgeschnitten, blockiert oder... Ach, komm. Du stehst auch perfekt im Weg. Also, ich hab's ja gesagt, ne? Selbst mit Heiligem Trank kommt man hier um eine Kämmer einfach nicht drum rum. Weil die Gegner so perfekt im Weg stehen, dass man denkt, ja, ich störe mich jetzt hierhin und dann kann niemand mehr was machen. Das sind echt die schönsten Gegner hier. Ich hab dir nicht gesagt, dass du Nightingale machen sollst. Boom, einfach weg. Und da hat sie wieder was gelernt. Das war jetzt das vom Schild, ne? Ja, und das eine muss sie auch noch lernen. Sollen wir hier oben noch was? Ne. Einfach nur eine Sackgasse. Da haben wir auf jeden Fall noch was. Und hier... Ein Alexandrit. Was macht der? Oh! Maximum K.P. und T.P. um 25% erhöht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ich würde sagen, das ist sogar eigentlich richtig gut. Können wir mal schauen. Bisher haben wir eigentlich alle relativ gute Items. Vor allem Yuri und meine Magier. Wobei, ich hätte noch lieber eins, womit ich die Castzeit bei Estelle verkürzen könnte. Das wäre auch noch recht praktisch. Na gut, ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und beim nächsten Mal suchen wir uns hier den letzten Geist. Also, bis dann. Ciao.